Das ist ein Ford Ranger und der Ford Ranger gehört der Valeria, richtig? Genau, richtig. Der Valeria, die steht nämlich hier auf der rechten Seite. Ich grüße dich ganz herzlich. Du bist die Erfinderin, absolute Powerfrau einer Firma, die muss man kennen, der Vital Camp GmbH. Und wir sind in Flensburg, mitten im Schnee. Hättest du das gedacht? Nee, überhaupt nicht. Das hatten wir schon lange nicht hier in Flensburg. Aber es ist sensationell. Es schafft eine Atmosphäre, die wirklich unbeschreiblich ist, bei dem Wetter hier draußen zu stehen. Und dann ist es knackig kalt. Ich grüße dich ganz herzlich. Hi. Du bist die? Sarah. So, zu jedem Haus gibt es ein extra Video. Das könnt ihr euch angucken. Das werde ich auch nochmal quer verlinken. Aber erst, wenn alle Videos natürlich gesendet sind. Das hier ist jetzt ein kleiner Grundriss mit Bart und allem drum und dran. Es ist mollig warm hier drin, nur durch die Infrarotheizung. Es riecht nach Zirbe. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie genial das hier drin riecht. Den kompletten Film kostenlos jetzt sehen? Jetzt auf German Television und klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.